B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCDS, deren Grundfläche die Raute ABCD mit dem diagonalen Schnittpunkt M ist. Die Spitze S der Pyramide ABCDS liegt senkrecht über dem Punkt M. Es gilt AC sind 12, BD 8 und MS 9 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1. Zeichnen Sie das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse und der Punkt A links vom Punkt C liegen soll. Für die Zeichnung gilt, für Zerrfaktor Q ist 1,5 und für Zerrwinkel Omega ist 45 Grad. Bestimmen Sie so dann rechnerisch die Länge der Strecke AS und das Maß Alpha des Winkels CAS. So, wir haben jetzt sehr viele Angaben und einfach nochmal von vorne anfangen, um zu überlegen, was man machen soll. Hier heißt es zuerst, zeichnet das Schrägbild der Pyramide ABCDS, wobei Strecke AC auf der Schrägbildachse liegt. Ja, also man fängt auch immer mit der Strecke an, die auf der Schrägbildachse liegt, also hier mit AC und AC sind 12 cm. Immer darauf aufpassen, dass man auch nach oben genug Platz lässt, nicht dass man sonst irgendwo reinzeichnet. So, hier haben wir die Strecke AC mit 12 cm. Den Mittelpunkt kann man auch schon markieren, der liegt bei 6 cm, also hier. Gut, gucken wir oben nach, was wir sonst noch alles gegeben haben. Zum Beispiel die Strecke MS, also von M zur Spitze hoch sind 9 cm. So, schnell nochmal nachmessen, aber jetzt etwas zu hoch. So, hier oben haben wir den Punkt S. Dann kann man, wenn man schon möchte, die Eckpunkte verbinden. So, und hier unten haben wir den Punkt M, den dürfen wir auch nicht vergessen. Als nächstes kommt die Strecke BD. Die ist auch angegeben, mit 8 cm. Und jetzt hört ihr aufpassen, hier ist der Verzerrwinkel Omega drin. Das heißt, der ist 45 Grad groß. Und wir haben noch den Streckfaktor Q mit 1,5. Das heißt, die komplette Strecke BD wird mit 1,5 multipliziert. Als nächstes ist unsere Zeichnung noch 4 cm lang. Also vom Mittelpunkt aus 2 cm nach rechts oben und 2 cm nach links unten. Dann haben wir hier den Punkt D. Und hier haben wir den Punkt B. So, jetzt müssen wir alle Punkte miteinander verbinden. Und darauf aufpassen, dass man keine Seite vergisst. Und fertig ist unsere Pyramide ABCDS. So, die Aufgabe ist aber noch nicht fertig. Müssen wir noch mal nachlesen, was wir noch machen müssen. Hier ist jetzt, bestimmen Sie, sodann rechnerisch die Länge der Strecke AS. Hier haben wir AS. Hier wissen wir, ist ein rechter Winkel noch mit drin. Ich kann jetzt auch in diese Skizze noch meine Größen eintragen. Da muss ich nicht in der Zeit nach oben scrollen. Also die Strecke MS war 9 cm. Die MCRAC waren insgesamt 12. Und die BD haben wir gehabt mit 8. Gut, also AS soll berechnet werden. Geht man vor wie immer, wenn man mit Dreiecken zu tun hat. Erstmal schauen, in welchem Dreieck liegt diese Strecke. Da haben wir hier das Dreieck AMS. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, es funktionieren Sinus, Cosus und Tangens. Und auch der Satz des Pythagoras. Nicht vergessen. Länge der Strecke AS. Wir kennen hier diese Strecke mit 9 cm. Und hier diese AM kennen wir auch. Weil diese AC ist insgesamt 12 cm. M ist der Mittelpunkt. Also bleiben für die Strecke AM gerade mal noch 6 cm übrig. So, schreiben wir das so schnell auf. AM ist gleich 0,5 mal AC. Und das sind 6 cm. So, jetzt aber zur Strecke AS. Über den Satz des Pythagoras. Wir haben zwei Seiten. Rechtwinkliges Dreieck lässt sich die dritte Seite über Pythagoras berechnen. Für AS gilt die längste Seite zum Quadrat. Die längste Seite ist in dem Fall schon AS. Also AS² ist gleich Kürzeseite zum Quadrat. Plus Kürzeseite. Jetzt brauche ich hier die MS. Kürzeseite zum Quadrat. So, um dieses Quadrat aufzulösen, muss ich jetzt noch die Wurzel ziehen. Und die bekannten Größen einsetzen. Dann folgt daraus AS ist gleich Wurzel aus AM. Waren die 6 cm zum Quadrat. Plus MS mit 9 cm zum Quadrat. Tippen wir in den Taschenrechner ein. Und dann erhalten wir eine Länge von 10,82 cm. Wir werden jetzt vergessen, auf zwei Nachkommastellen runden. für die gesamte Aufgabe. Also für das gesamte Arbeitsblatt. So, sind wir schon fertig. Länge der Strecke AS. Nein, wir brauchen noch Maß des Winkels CAS. So, wo liegt der schon wieder? Nämlich gleich hier lila. CAS ist dieser Winkel hier. Also von C über A nach S. So, und kriegen wir wieder auf die gleiche Art und Weise. Wir schauen wieder, in welchem Dreieck liegt der. Im Dreieck AMS. Was kennen wir von dem Dreieck? Es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Demnach funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Wir kennen im Prinzip jetzt alle drei Seiten. Die war 10,82 cm lang. Also können wir uns aussuchen, was wir benutzen. Ich benutze jetzt hier den Tangens, weil hier sind die schöneren Zahlen drin. Also hier ist der Winkel. Gegenkathete und Ankathete. Kann man den Tangens aufstellen. Ich will den Winkel CAS berechnen. Also folgt Tangens von Winkel CAS. Ist gleich die Gegenkathete. Das war die MS. Und die Ankathete war AM. Setzen wir die bekannten Größen ein. Tangens vom Winkel CAS ist gleich MS mit 9 cm. Und AM waren 6 cm. So, und um jetzt den Winkel CAS zu bekommen, brauche ich die Umkehrfunktion vom Tangens. Also Tangens hoch minus 1 von 9 durch 6. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner eingeben. Gibt ein Winkelmaß von 56,31 Grad. So, jetzt war, glaube ich, oben das Teilergebnis angegeben. Haben wir richtig gerechnet. Ja, 56,31 Grad. Können wir hier noch einzeichnen. Wunderbar. So, gibt es sonst noch was zu machen? Nö, war jetzt alles. Damit ist die erste Aufgabe erledigt. Mit diesen wenigen rechten Schritten.